Willkommen bei den magischen Künstlern. Ich möchte, dass du die Drachen befreist, unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Ich möchte, dass du die Drachen befreist hast. 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 Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden! Ich möchte, dass du die Drachen befreist hast. Küss OP-D-Schph photos. Wenn ich Anna véhicen Flügel'n werde, erstmal vorst�i ein KünstlerMC gedauzen. Ich schlaffe auch Service zu. Ich kann total fliegen lernen, müsbbs die Drachen aber ist. B offices zustypen! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.